Liebe Gäste, liebe Freunde, Bejer bei Manuel. Heute Restauranttipps in Bejer. Wir sind heute in Cuatro Estaciones. Direkt an der Altstadt und werden mal hier so ein paar Kleinigkeiten probieren. Kommt mit rein. Liebe Gäste, wir sitzen jetzt hier auf der schönen Terrasse des Cuatro Estaciones und probieren die ersten Kleinigkeiten. Als erstes haben wir hier den Sam de Langostinos. Das ist ein Blattsalat mit ein bisschen Avocado, einen schönen Langostino drauf und der roten Zwiebel. Den rollen wir jetzt ein. Ihr seht, Fingerfood. Und jetzt weißen wir rein. Mal gucken, wie es schmeckt. Nächste Kleinigkeit, die wir probieren werden. Das ist eine Blumenkohlcreme, die nach asiatischem Stil und mit Pilzen gemacht wird. Sie sieht sehr gut aus. Für Veganer ideal. Und mal gucken, wie es schmeckt. Sie sieht sehr gut aus. Jetzt wird es interessant. Natürlich darf der Almadrabatunfisch nicht fehlen. Den haben wir hier. Und zwar ist das der Satay Ghatun. Satay, das ist eine Art, wie man den Tuntisch zubereitet. Normalerweise am Spieß und kurz angebraten. Hier wird da mit Gemüse, Erdnüssen, Kokosmilch und Ausdarmsoße zubereitet. Mal gucken, wie es schmeckt. Sieht sehr süßig aus. Jetzt Spaisi, die wir testen werden, die wir probieren werden. Und es ist eine Paella. Ich werde häufig gefragt, wo man hier eine schöne leckere Paella sein kann. Und in La Cuatro Saciones kann ich euch empfehlen. Allerdings nach andalusischer Art. Das heißt, der Fisch, der für die Paella genutzt wird, der wurde vorher in einer Puba zubereitet und danach wird dem Preis gerecht angeboten. Empfehle ich euch. Ich finde es super lecker. So, ich bin gestern. Das Cuatro Saciones. Ich habe die vier Teller. Einige kannte ich schon. Zwei kannte ich noch nicht. Ich fand alle vier sehr gut. Am besten fand ich die Faria unglaublich gut. Der Sataygatum ist auch nochmal sehr, sehr gut. Das sind keine Gerichte. Das heißt, man kann es immer schön zu zweit. Einfach mal probieren. Ein zu zweit bestellen. Lecker. Übrigens Cuatro Saciones. Die vier Jahreszeit. Denn hier im Cuatro Saciones mit der Jahreszeit ändern sie auch ein bisschen die Karte rum. Die Sparse-Karte. Und ab und zu gibt es auch immer ein paar neue Überraschungen. Ich kann es euch empfehlen. Es lohnt sich. Und vielleicht sehen wir uns wieder hier in Mechel. Astarron. Bis bald. Ciao. Bis bald.